Hallo und herzlich willkommen zu Rainbow Six Siege. Mit dabei ist ja wieder der Hitcher, der Roach und der Chewbacca und ich der Pat. Ja, ist ja niemand anders schon wieder dabei. Totenstimme. Ja, echt. Ja, bin ich ja super Hype-Kinesisch. Was? Weil Chewie den Mute genommen hat. Genau, sie mal gemutet dürfen, heute nix reden. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Ich verstecke die Wand. Hat der Mute-Wang schon ordentlich gemutet oder? Ich seh' keiner. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Störsender wird aktiviert. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter. Das wäre jetzt so tolle Spiele, das ist ja Wahnsinn. Die Gegner haben ihn mit den Angelegenheiten verabschiedet. Die Gegner werden mit den Angelegenheiten verabschiedet. Das war Hüttug. Die Gegner. Lass ihn einer kommen, lass ihn einer kommen Ja Und hier, Geräusche gehen hinten Naja, bei mir auch Gehen zu dir Chewie Hier haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern eingestellt Letzter verbleibender Gegner, den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten Oh scheiße, ich hab den Speck gesehen Äh, 75 Leben, äh, wo Hitcher war zuerst Scheiße, voll drauf Genau, da drinnen Da drinnen, rechts Da drinnen, da drinnen, da drinnen Den Bio-Gefahr-Buch-Behälter geschickt Ah, Chewie regelt Hat sich verkackt Dennoch, er wäre noch in dem Raum davor, deswegen Sie gleich bemerkt Ja, ne, 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 ne Das hier suficiente An Gottes Willen Wer will tanzen? Keiner von euch. Hitch ist 100 Punkte, vor mir 105. Keiner von euch wird tanzen. Sagen wir, wenn wir jetzt diese Runde gewinnen, die nächste auch noch, dann tanzen wir keiner. Der andere hat 110 Punkte. Der Bio-Befahrung-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Oh. Wayne. Wake me up, before you go. Der Bio-Befahrung-Behälter wurde lokalisiert. Weck! Oh ne, geh weg! Oh, nixen. Bösen Arsch. Bösen Arschen. Ja, kaum spielt man mit Ösel. Ich glaub Trollos, oder? Ein Satz in 10 Sekunden. Nur noch Sekunden spielen. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Wake me up, before you go go. Weiter zum Standort des Bio-Befahrung-Behälters. Was ist das jetzt? Hallo? Geht doch. 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 Mein Mann. Ich glaube, ich kann das bei mir ein bisschen runterziehen. Und zwar ver outfiter aber… Lade-Magazin! Achtung, Roach, weg! Ah, scheiße, äh, unten sind zwei im Raum jetzt, ein Recruit und ein weiß ich nicht was. Ich habe eine Granate bevor ich fresse, Stefan. Oder, oder so ein Luck-Shot. Ja, war der Linkstest? Ist da vorne drin? Den Behälter sichern. Der ist er! Der ist hinten rein! Der ist hier! Roach geregelt! Sobald die Bedrohung neutralisiert ist, eigener Top-Up Gegner eliminiert. Mach-Bowl! Ah, Verteidiger! Ja, scheiße! Ich muss mir einen Cap-Can kaufen! Weißt du, was das Lustige ist? Ihr habt drei Kills, zwei Kills, zwei Kills, ich habe einen und bin erster. Ja. Ja. Hä? Außer haben wir Punkte gleichgestanden, ne, mit zwei. Jaja, stimmt, ja. Verdammt. Ich erschieße jetzt einfach den Roach? Ich hab' eine Drohne drin. Da müsste noch eine Drohne drin sein, ich werde die ganze Zeit entdeckt Kann hierbei noch ein Schild aufstellen? Nein, mein Schild ist ja natürlich Wand verstärkt Das ist ein Schilder, das ist ein Schilder Was ist? Die salen sich irgendwo ab. Ja, die eine Treppe. What the fuck? Lade-Magazin! Oh, bei mir ist ein Banner. Die ist raus, bei der Bar. Scheiße! Hat die grad Luck gehabt. Ach du Scheiße. Die Q kommen von dem Zwischengeschoss. Banner gespottet. Pumen, kommt richtig mit Pumen. Nur noch ein Gegner übrig. Banner down. Da oben war ja Q, ne? Ja, genau dort hinten. Der ist da oben noch gewesen. Ah, Petsch! Hä? Ich bin zurück, weil du umgesprungen bist. Hinter der Bar verstecken. Auf der anderen Seite der Treppe ist ein Eingang. Der war ja zuletzt. Ich hab ihn eh grad gesehen. Ich hab ja grad geschossen. True, links. Komm mal raus, komm mal raus irgendwo. Petsch, down, rechts. Ah, links. Ja. Durch True's Rauch kann ich dich sehen. Auf der anderen Seite. Oh, macht er auch viel. Ganz langsam rüber geschlichen. Maaakeloser Sieg! Okay, getanzt. Guuuut so. Der Scan hat was. Ja, das war's mit der Runden. Hat wieder Spaß gemacht, wenn es dir gefallen hat. Lasst's ein Däumchen da. Lasst's ein Abo da. Wir würden uns freuen. Bis dahin wird eng. Bis dahin. Tschau.